Also ich habe meiner Mama beim Aufrahmen von der Küche geholfen und da habe ich zum Beispiel einen Geschirrspüler aus- und einkramt und wir haben den Kühlschrank auch ausgemistet und danach ist uns beiden viel besser gegangen, weil jetzt hat meine Mama viel mehr Freiheit beim Kuchen, wenn immer so viel rumsteht.